Schnellste Zeit mit 52,29 und 2 Schnellste Zeit mit 52,33 und 2 Schnellste Zeit mit Neo Immigrant Bravo für diese Performance und ich fiere dich dazu. Super gewesen. Alles Gute auf deinem weiteren Weg. Das war es vom Grand Prix Migros Qualifikationsrennen. Es war ein spannender Renntag. Ich hoffe, ihr habt Spass beim Zuschauen. Danke vielmals, dass ihr dabei wart. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar von den schönsten Bildern vom heutigen Rennen.